So, willkommen Freunde, wir zocken endlich mal Ghostrunner. Wir haben ja die Demo gezockt und da muss ich sagen, schon tausend Tode gestorben. Und das wird mir ja im Originalspiel auch so gehen. Vorteil ist, ein paar Meter bevor man gescheitert ist, wird man respawnt. Also das sollte machbar sein. Aber let's go. So, wir fangen an der selben Stelle an wie in einer Demo. Das ist auch alles so ziemlich gleich. Ist aber auch gleich schwer, muss ich sagen. So, wir können jetzt hier ganz normal laufen. Relax, your implants are still adjusting to the software. I'm in a prison. I can calibrate over your basic protocol human here. It'll have to suffice for now. The uprising is finished. Keymaster has won. Das muss uns noch mal ein bisschen dran gewöhnen, wie gesagt, diese Steuerung ist echt heavy. Ah, hier auch schon wieder gleich gestorben. So, hier ist schon der erste Gegner, wie gesagt, einmal treffen war's das. Können wir zuschlagen. Ja, den haben wir noch ganz gut erwischt. Okay, jetzt müssen wir mal schauen. Ja, das haben wir auch getrunken, master. Hier habe ich den Fehler gemacht, dass ich mal runtergerutscht bin und bin den selben Weg gleich, also gleich rübergesprungen, bin da runtergefallen. Aber hier sollte man auf jeden Fall auch an der Wand lang laufen. Ah, ich muss mich an die Steuerung erstmal ein bisschen gewinnen. Ich habe hier mal eine große Klappe gehabt, was ich so tolles gemacht habe. So, hier dasselbe. Das war aber geklappt, war aber knapp. Ja, genau. Verlangsamt so ein bisschen die Situation und verlängert dadurch den Sprung, aber weh. Das geht, glaube ich, auch noch drüber. Ja, fast knapp. Ja, aber sowas ist ganz gut zu schaffen. Das könnten wir auch packen. Wir müssen durch den Blatt und dann... Das müssen wir mal aufpassen, weil auf was ich auf hier schon den nächsten Gegner komme. Okay, warten wir mal, bis der sich ein bisschen beruhigt hat. Na, gar nicht. Das ist aber eine heftige Stelle, muss ich sagen. Also, die ist wirklich mega heftig. Jetzt wollen wir mal gucken. 38 Meter in die Richtung. Jawohl, sehr gut. Boah, das ist so heftig. Wir müssen aufpassen, hier werden wir gleich getroffen. Wir müssen hier mal ein bisschen verstecken. Ja, jetzt rüber. Ja, sehr gut. Haben wir geschafft. Wie ich sag mal, man muss bei manchen Sachen echt sehr frustriert und schnell aufhören. Oder man ist sehr schnell. Es ist nur ein Thema Zeit, bevor sie die Tür zu mir selbst brechen. Boah, das ist ja auch schon wieder eine Stelle hier. Jo. Sehr gut, jetzt müssen wir mal gucken. Ich bin mal Angst, dass wir auf einmal rechts und links Gegner sind und dann wird hier auf einmal abgeschlachtet. Jetzt müssen wir mal schauen, hier ist eine Tür, aber da kommen wir nicht rein, ne? Ach du heilige Neune. Müssen wir quasi da rüber und auf die Bahn, ja? Das weiß ich, was gemeint ist. Na, das war ja nicht optimal gesprungen, aber okay, lassen wir mal so durchgehen. So, hier müssen wir jetzt springen und nochmal springen, denn die Zeit anhalten, lenken und laufen, alter, das ist so kompliziert. Aber wir haben's, oder? Yo. Alter Falter, ey. Ist das heftig. So, den haben wir auf jeden Fall. Der nächste. Der merkbar ist, dass sie sich fehlt. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen, hier. Und jetzt ist da noch einer. Oh, geht's jetzt hier ran? Oh, ah. Hier ran. Ah, hier waren wir doch schon. Ah, okay. Unlocked. Alter, das war aber echt heftig hier. Alter, was für ein heftiges Game, ja? Das wird da auf jeden Fall nicht besser sein. Oh, okay. Oh, okay. Ah, okay. Ah, mach mal Krampf. Das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auch noch hin. So, das geht auch noch. Das geht auch noch. Das geht auch noch. Ah, zu spät. So, nochmal. So, okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017